30 bitte. Die sechs Damen starten jetzt gleich nochmal. Der etwas andere Absatz-Award. Galakom.tv unterwegs mit dem Fan-Bike. Starten wir positionieren. Ganz wichtig für die Ladies, die alle mitgelaufen sind, sind jetzt nicht unter den besten sechs Waren. Ganz wichtig, wir brauchen alle nochmal auf den Boden, nämlich ein gemeinsames Gruppenfoto für die Presse. Daher. Und dann auf die Titelseite sehen. So wünscht man es uns zu. Artikelal Bindballast im Hintergrund. Es wäre draumhaft. So, oh, ein Hund. Ich erwarte den Mädels jetzt vorne am roten Teppich. Ich finde, das ist gleich schon so schön. Kein Doc Award. So, ich stehe doch alleine hier. Ah, stimmt ja gar nicht. 31 ist schon da. Wunderbar. Danke. Danke. Vielen Dank.